Hallo und herzlich willkommen zur vorerst letzte Folge von Texas. Aus welchem Grund? Wir wurden aufgekauft sozusagen. Für umsonst. Nein, wir machen jetzt Videos von den anderen Channels und zwar für die Internetseite Netzwelt. Da gibt es auch schon Facebook Fanpage, YouTube Channel. Ganz unbedingt. Falls ihr uns hier abonniert habt, würde ich uns riesig freuen, wenn ihr uns auch auf unserem Netzwelt Channel abonnieren wollt. Das ist youtube.com slash Netzwelt. Kurz und knapp. Unser Format hat sich auch ein bisschen geändert, die Videos, die wir da reinstellen. Hauptsächlich dadurch, dass wir von der Netzwelt mehr Geräte zur Verfügung gestellt kriegen und jetzt viel mehr für euch testen können, viel mehr Testberichte auf Videobasis machen können. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns da folgt. Die Twitter-Seite gibt es weiterhin. Genau, die Twitter-Seite gibt es weiterhin, unbenannt. Aber wenn ihr uns da schon folgt, wir haben euch trotzdem. Und ja, sonst kann man eigentlich nicht, eigentlich bleibt alles beim Alten und doch. Bier gibt es auch weiterhin. Aber heute, letztes Mal, können wir sagen, was wir trinken? Oettinger. Oettinger Weizen und Brüder. Lass nicht mal, dass es bergab geht in Texas. Ne, wäre einfach schön, wenn ihr uns auf unserem neuen Kanal folgen würdet. Ja, es bleibt wie es war und wird nur besser. Jawohl. Folgt uns. Ja, darauf auf den Prost. 777-Aberhaat 777-Bio 877-Bio 877-Bio 977-Bio 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 1077-Bio